was geht ab liebe du seite euer boi henry am start alter und heute das ist sehr komisch ich hab das jetzt mal ein bisschen an den grafikeinstellungen ja bisschen ausprobiert das so die grafikeinstellung erhöht und irgendwie leckt das gar nicht mehr also auf niedriger grafik hat es mehr gelebt als auf höher grafik gut es ist überhaupt nicht mehr so okay ein bisschen aber auf niedriger grafik hat es mehr gelebt naja egal machen wir einfach mal weiter ich habe einen wolf ich habe auf einen bull verzichtet und das wurde dazu zu bringen bei den worten gehört zu geben und wie ich sehe hatte ich recht kleiner bruder ihr seid ein wahrhaftiger jäger ich weiß nicht was eure zukunft was eure was eure zukunft euch bringen wird aber ich bin sicher ihr werdet niemals beute werden weder die von labe noch die von jemand anderes solltet ihr jemals sterben dann dann in der schlacht denn ihr und ich denn ihr und ich wir sind vom selben blut ja so viel besser so mit der grafik mann ich glaube hier wieder scheiße aber voll komisch man naja wird wird zu machen so freunde wenn wir wir haben hier noch eine quest vergessen das liegt immer noch so ein bisschen aber ich lass das jetzt einfach so ich lass die grafik einstellen okay wir wollen honig alter geben mir honig geben mir honig ich möchte honig scheiße erkältung so nervig freunde alter so nervig alter das könnt euch gerade nicht vorstellen wie nervig das ist mir okay so ich frage mich ob man hier umskillen kann denn ich habe so ein bisschen im internet kommt und habe da so einen wunderschönen behüter guide gesehen und den will ich mal ausprobieren so ach was für ein geruch was gibt es besseres als frischen honig nur holig der euch keine stiche kostet der euch keine stiche gekostet hat haha das ist das gesetz des waldes kleider bruder wenn ihr im wenn ihr in harmonie mit der natur lebt dürft ihr nur nehmen was andere euch geben und ihr könnt nicht mehr geben als ihr besitzt alles in der welt hängt zusammen kleiner bruder der jäger ist verbunden mit der beute die bienen verbunden mit dem honig der fluss verbunden mit dem regen und leben ist verbunden mit dem tode alles befolgt dieselben gesetze die gesetze des gleichgewichts das gesetz des beides der sie bricht wird zum außenseiter und die natur dulde keine verstöße sehr weise worte sehr weise worte speckbauer hey kleiner bruder ok ok akia hat die große jagd ausgerufen und wir warten nur noch auf euch die große jagd dient nicht nur der nahrungsbeschaffung sie ist auch eine feier ein ritual der jagd die wölfe haben einen hirsch gebittert einen riesigen hirsch eine ausgezeichnete beute für junge jäger so genug geredet geht zu akia er wird euch zu er wird euch er wird euch euren platz zwischen den jägern weisen stark keule keule alles klar dann ab zu akia zuerst wollen wir hier mal oh man oh man oh man oh oh egal das rudel ist bereits unterwegs um der spur der beute zu folgen nur die jungen retten sind zurückgeblieben ich möchte dass ihr sie auf die spur eines hirsches ansetzt ihr müsst lernen gemeinsam zu jagen und als großes ganzes zu funktionieren denn ihr seid das rudel sprecht mit euren brüdern die älteren jäger werden den hirsch direkt zu euch treiben dann müsst ihr ihn zum fels der versammlung jagen es ist eine große ehre äh ja alles klar brüder seid ihr ready alle ich bin bereit akia ich bin bereit akia die brüder wir haben sich geeinigt euch zu folgen gut gemacht werdet ein großer und starker hirsch lebt in dem dickicht ihr werdet ihn aufspüren und zum fels der versammlung jagen dort werde ich ihn erledigen akia versagt nie ja das wollen wir erstmal sehen war das das geräusch gehört von Da war irgendwas. Oh, da ist der. Oh, der ist stark. Ich werde mich trotzdem vernichten. Ich werde euch vernichten. Es gibt keine. Komm, Akiha, dein Auftritt, erledige ihn. Aki hat versagt. Akiha, Akiha hat versagt. Akiha hat versagt, Akiha hat versagt, richtig witzig, Mann. Oh. Gut gemacht, Junge Wolf. Und dich? Ich habe versagt. Ich bin zu alt und zu schwach. Das Rudel braucht einen neuen Anführer. Oh, yeah, Alter. Es ist zwei Händen, eine niedliche Keule, eine niedliche Keule, eine niedliche Speer. Und schon wieder ein Level Up. Ich würde gerne meine Skill zurücksetzen. Okay. So, auf zu Mira. Hallo. So, er hört gut zu, kleiner Bruder. Akiha hat versagt. Das bedeutet, dass er nicht länger am Führer sein kann. Naber hat die Demütigung nicht vergessen und wird vermutlich sein Recht einfordern. Vom Rat als neuer Rudelführer gewählt zu werden. Ihr könnt ihn alleine nicht besiegen und die Wölfe werden euch nicht helfen. Es gibt einen Ort im Norden, den wir das Auge des Drachens nennen. Vor vielen Monden starb dort ein Gigant und von seinem Blut wuchs die Purpurblume. Alle Kreaturen des Waldes fürchten das Licht dieser Blut. Nur ihr nicht. Ich kann ihr Funkeln in eurem Augen sehen. Glaubt einem alten Panther, kleiner Bruder. Ja, zwei Hau. Nur das Licht der Purpurblume kann euch dabei helfen, Narbe zu besiegen. Begebt euch in die fernen Berge. Findet die Purpurblume und kehrt zur Versammlung zurück. Heute blickt der Tod über eure Schulter, kleiner Bruder. Ja. Dann wollen wir mal die Purpur... Oh, die ist ja ganz hinten, Alter. Oh shit. Da gern zinten. Ich würd gerne wieder umskillen. Ich würd gerne auf Fernkampf umskillen. Kettenblitz. 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 Unternehm. Wirdschlaf. Heilagung. Das hat sich einiges geändert hier. Das ging doch früher anders. Da hat der schon mal immer so, keine Ahnung, so Tränke erstellt. Aber jetzt ist das ein instant heal. Ja. 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 Fertig. Ja. Heil. Heil over time. Heil over time. Oh, fire. Fire, nice. Heil. Oh. Oh. Heil over time, nigger. Heil over time, nigger. Heil over time, nigger. Auge des Drachens. Oh. Das sieht fett aus, Alter. Oh, Alter. Das sieht richtig aus. Was ist das denn? Das ist der Boss. Fick ich, Alter. Fick ich, Alter. Fick ich. Fick ich, Alter. Slow sein. Fick ich. Soll ich doch lieber auf den Nachkampf. Soll ich doch lieber auf den Nachkampf. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr, Alter? Nachkampf, oder? Ich soll doch lieber die Fernkampf. Wir hüter. Also, die Pur-Pupume, wo ist die, Alter? so kann ich eigentlich zwei keulen ein anlegen geben wir mal die quest ab aber ich kann sagen warum mache ich kein schaden und